Die im Licht steht, mit violetten Haaren. Sie kann tun, was sie möchte, sei es noch so abgefahren. Sich gut benehmen muss sie nie. Ich lebte gern wie sie, dann wäre ich so frei. Dann lebte ich wie sie, für all mein Stress vorbei. Seht sie an, dort im Thronsaal, jedes Haar perfekt. Morgens Tee, abends Bonbons und alles, was ihr schmeckt. Luxus führt Regie.